Wie schaffe ich das alles nur? Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Beitrag, Videobeitrag. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ich werde in der letzten Zeit es öfter wieder angesprochen, wie machst du das alles. Du hast Familie, du hast zwei Kinder, du bist fulltime berufstätig, du bist in verschiedenen Projekten online technisch unterwegs und du hast doch auch nur 24 Stunden. Wie geht das alles? Und achtest dann zusätzlich noch auf eine gesunde Ernährung halbwegs und kochst und machst alles selbst. Ja, wie geht das alles? Und deshalb dachte ich jetzt, nehme ich mal die Videokamera zur Hand und mache dann mal einen kleinen Beitrag hier für diesen Kanal draus. Ja, wie mache ich das? Das ist im Prinzip kein Hexenwerk. Man darf dazu einfach nur komplett fokussiert sein. Das heißt, ich habe mein ganz klares Ziel vor Augen und in diese Richtung des Ziels, da geht auch mein Weg. Und rechts und links wird einfach alles ausgeblendet. Das heißt, ich bin komplett fokussiert auf meinem Weg unterwegs. Und wenn ich hier bei der Arbeit bin, wenn ich dabei Videos zu drehen, wenn ich dabei bin Videos zu drehen, dann drehe ich Videos. Wenn ich mit der Familie etwas unternehme oder wir zusammen am Tisch hocken und essen, dann sind wir zusammen am Tisch, dann essen wir. Wenn ich einen Blogartikel schreibe, da bin ich mit meinen Gedanken beim Blogartikel. Und wenn ich abschweife, meinen Gedankenkabarett da losgehen möchte in eine andere Richtung, dann hole ich mich immer wieder zurück ins Hier und ins Jetzt. Wenn ich unterwegs bin und da mit Videoaufnahmen, es wird ja da noch weitere Beiträge geben, zusammen mit Dr. Karin Bender-Gonser zur realistischen Zahngesundheit, mit Rudi Alexander-Daniel zum Thema Glaubenssätze. Die Rauhnächte stehen jetzt an. Da sind ja ganz viele Videosequenzen zu drehen und Online-Kurse einfach, die dann erstellt werden. Da bin ich einfach fokussiert bei der Sache und konzentriere mich auf das Thema. Die Bearbeitung von Videos und was so rundum einfach läuft, das mache ich natürlich inzwischen nicht mehr alleine, sondern da ist inzwischen ein kleines Team entstanden, das auch mit der Zeit in den nächsten Wochen und Monaten noch wachsen wird. Da wird ein größeres Team zusammenkommen. Da bin ich natürlich auch dabei. Das ist jetzt so meine Herausforderung, da auch immer mehr abzugeben und immer mehr mich auf die wesentlichen Dinge zusätzlich noch zu fokussieren, weil das alles bewältigen, das geht natürlich im Laufe der Zeit dann nicht mehr, je größer das eigene Unternehmen wird. Aber ansonsten, um alles einfach gebacken zu kriegen, da geht es einfach darum, fokussiert auf sein Ziel zu sein, rechts und links alles auszublenden, sich nicht mit Dingen zu beschäftigen, die einem Energie rauben. Vor allem in der Freizeit, die man ja dann auch einfach mal noch haben möchte, sich wirklich nur mit den Dingen und mit den Menschen zu umgeben, die einem Energie schenken und alles andere auszublenden. Das geht natürlich auch unter Umständen damit einher, dass man Entscheidungen trifft und sagt, okay, da und da bin ich dann eben nicht zu Gange, sondern ich setze da einfach andere Prioritäten. Und wie fängt mein Tag an? Mein Tag fängt eigentlich am Vorabend schon an, wenn ich meine, ja, früher habe ich gesagt To-Do-Liste, aber seit ich bei Christian Bischoff im Coaching bin, ist aus der To-Do-Liste eine Meisterwerksliste geworden. Da schreibe ich mir am Abend vorher schon genau die Punkte auf, was am nächsten Tag zu tun ist. Das heißt, ich muss am nächsten Morgen nicht erst überlegen, was steht heute an. Ich habe meine Liste mit den Punkten und die gilt es einfach zu bearbeiten. Das heißt, auch da muss ein ganz klar strukturierter, roder Faden da sein. Dann beginnt mein Tag immer mit einem Frühsport. Seit einer Zeit, ja, fünf Wochen ist es jetzt her, schaffe ich es auch morgens eben mal noch eine kleine Runde laufen zu gehen und ja, so ein bisschen Frühsport noch zu machen. Dann kommt eine Meditation, wo ich innehalte, wo ich mich, meinen Körper wahrnehme, wo ich mich mental auch noch mal auf den Tag ausrichte und mich mit meinen Zielen auch noch mal beschäftigen. Und damit beende ich im Grunde genommen auch den Tag, wo ich noch mal zurückblicke, dankbar bin auf den wunderschönen Tag, der heute war, auf die wunderschönen Begebenheiten, Begegnungen und was einfach so immer war. Ich suche mir immer da Punkte raus, für die ich einfach dankbar sein kann. Und so ist dann einfach auch der Tag ganz klar strukturiert. Nachdem die Kinder eben weg sind, dann geht es hier weiter mit Arbeit, mit Videoaufträgen, mit Videoaufnahmen, Blogbeiträgen schreiben oder was einfach eben zu tun ist. Und in der Mittagszeit, ja, da hocken wir dann am Tisch, essen gemeinsam, soweit die Kinder dann eben auch noch im jetzigen Alter alle da sind. Oder ich gönne mir selbst eben eine Pause, achte natürlich auch gerade in dieser Zeit darauf, dass ich, ja, einen recht rohen Frischkostanteil, sprich Rohkostanteil zu mir nehme und nicht morgens früh meinen Körper damit belaste, sage ich jetzt mal, dass ich mir, ja, zum Beispiel Weißmehlbrötchen oder was reinziehe, um es mal so auszudrücken. Ich trinke morgens zuerst mal Wasser und Tee, gerade in der jetzigen Jahreszeit, koche ich morgens auch schon eine große Kanne Tee, was wärmendes gerne, jetzt auch mit Ingwer zum Beispiel. Frühstücke erst recht spät, wo ich die erste Mahlzeit erst zu mir nehme und dann, ja, geht es weiter im Programm, bis dann mittags eben mit der Family zusammen, dann am späten Nachmittag ist das auch meist erst so, das Mittagessen eingenommen wird und danach, ja, geht es dann einfach auch nochmal weiter, strukturiert mit den Aufgaben, die zu erledigen sind und ab einem gewissen Zeitpunkt abends ist dann einfach Feierabend, wo wir dann eben auch nochmal die Zeit gemeinsam, ja, genießen, ich mit meinem Mann vor allem und, ja, den Tag ausklingen lassen. Also das ist alles ganz klar strukturiert. Ich habe da wirklich, ja, man kann schon sagen, fast sagen Scheuklappen an und gehe da ganz gezielt meinen Weg und lasse wirklich nur die Dinge an mich heran, die mir Energie schenken. Und dann funktioniert das. Dann hat man ein wunderbares Gefühl, wenn man abends zu Bett geht und den Tag wunderbar genutzt hat, an seinen Zielen gearbeitet hat. Das schenkt so viel Kraft und Energie und erfüllt einen auch mental, dass man natürlich dann auch in einen erholsamen Schlaf kommt und am nächsten Morgen nochmal voller Freude eben auch den neuen Tag begrüßen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen damit inspirieren, vielleicht, wenn du so ein bisschen da rumschwimmst und gerne auch mal, ja, deine Ziele erreichen möchtest oder mehr aus deinem Leben machen möchtest, dass du da auch mal so ein bisschen eine andere Struktur in deinen Tag hineinbringst und vor allem die Zeit mal durchleuchtest, wo du bislang in deiner Freizeit Dinge machst, die dir Energie rauben oder wo du Dinge machst, die dich deinen Zielen überhaupt nicht näher bringen, die ja im Grunde genommen ein bisschen vergeudete Zeit ist. Denn Zeit ist das Einzige, ja, was du nicht mehr zurückholen kannst. Also die Zeit ist einfach, wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei, kannst du nichts mehr zurückholen. Und vielleicht möchtest du da auch jetzt mal ein bisschen in die Bereiche schauen und dich auch mal ein bisschen klarer fokussieren und strukturieren im Hinblick auf deine Ziele, im Hinblick auf dein erfülltes, erfolgreiches Leben. Danke für dein Dabeisein, das war es auch schon für heute. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Amgad.